Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 auf der Tasche legen im Juli früh am Morgen und ich habe schon mal den Trecker schon mal ein bisschen vorbereitet und zwar ist in der letzten Folge sind die Ballen alle eingesammelt worden die liegen da hinten jetzt alles schön gemütlich und warten darauf, dass die, ja, vielleicht die Herzen nach der Winter kommt, wo es dann das meiste Geld dafür gibt denn die Ballen, die würdigst werden, möglich eventuell sogar verkaufen, dann nehmen die im Dezember-Januar rum denn ich glaube nicht, dass ich die unbedingt brauchen werde so von daher, können die getrost weg so, und dann machen wir uns mal auf den Weg um unser Dünger-Titel hier zu erreichen denn hier muss schließlich auch nochmal ein bisschen Dünger drauf um auch einen guten Ertrag demnächst auch wieder zu sichern wenn es auch nicht viel ist, ein bisschen schadet nicht ja, ansonsten, ich glaube so, ich denke mal spätestens, äh, bis zum nächsten Folge werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Monate zu überspringen und eventuell irgendwo Richtung August, ja, ja, vielleicht auch, ja, ich glaube auch, wahrscheinlich noch nicht mal August unbedingt denn, äh, wahrscheinlich sogar September, wenn es dann an den dritten Grafschnitt geht als würde allein so ein bisschen anlassgemäß, äh, es gibt hier sonst nicht wirklich was zu tun denn auf dem Maisfeld kannst du nichts machen Unkraut ist sowieso keins gekommen also das muss nicht bekämpft werden und, ja, ansonsten gibt es hier nicht wirklich was von daher denke ich mal am ehesten wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen dass man eventuell den nächsten Folge wird schon noch ein Grafschnitt sieht und, ja oder als nächsten zwei, drei Folgen, die sich nochmal am dritten Grafschnitt kümmert und danach geht es ans Mais häckseln wird wahrscheinlich ja, da muss ich jetzt überlegen prinzipiell würde ich jetzt ein bisschen sagen man macht einfach nochmal Ballen, damit man die verkaufen kann zum anderen würde man auch irgendwie ein bisschen abwechselnd hier reinkriegen dass es immer etwas unterschiedlich ist erstmal angesichts der Tatsache es gibt hier sonst nix ehrlich muss man halt einfach sein momentan bis auf hier Gras nähen und warten bis er maisreif ist um ihn zu wechseln mehr gibt es momentan nicht mag vielleicht jetzt etwas eintönig sein, aber gut ist halt so ja, darauf wird wahrscheinlich etwas vielseitiger, weil dann kommen unter anderem auch ja, und unter anderem wahrscheinlich auch Gerste das heißt, man wird auch mal mit Getreide zu tun haben mit Korn zum Verkaufen und das, äh, ja, Stroh wahrscheinlich ein Streu für die Tiere wenn man eventuell auch nochmal Misstiger stellen kann denn das ist schließlich auch ein Düngemittel beziehungsweise wenn es ist falls man vielleicht sagt, man möchte vielleicht nochmal eine Biogaslage kaufen das wäre, glaub ich, ganz lustig dann, äh, ja hätten wir zumindest ein bisschen Material, was man da verwerten kann aber gut, sei es rum so, das fällt, das hätten wir schonmal ja, also, das ist, äh, glaube ich, eine relativ schlotte Geschichte also, da sollte nicht, sondern nicht viel passieren oh, warte einfach, der ist ein bisschen weiter so dann klappen wir das Ding mal aus schalten wir mal den Düngerstreuer ein und dann geht es weiter auf der momentan größten Grasfläche wie sieht es eigentlich momentan mit Futter eigentlich aus bei den Tieren äh, kann man mit leben sollte man mit arbeiten können das ist schon mal das Positive die Tiere fangen an, sich auch so langsam zu vermehren dauert es mal ein bisschen aber da wird schon er hat es auch noch eine Alternative, dass man vielleicht noch paar Tiere noch zukauft prinzipiell ich hätte ehrlich gesagt nix dagegen, äh wie viel in den riesigen Milch viel Betrieb zu haben kombiniert mit einer Biogasanlage da hätte ich schon mega Bock drauf da mein ich auch wirklich groß also da wären 100 Tiere wahrscheinlich, äh ja, bütenkram aber gut die muss man erstmal haben zum einen kostet das richtig Geld zum anderen, äh irgendwo muss man die jetzt mal unterkriegen beziehungsweise theoretisch auch sehr viel Geduld haben wenn man so kleine Flächen hat wie jetzt, äh da hat man richtig schnell abgearbeitet da kommt man schnell voran da hat man diesen Tierstamm irgendwann mal diese Anzahl aber es dauert trotz alledem aber gut, sei's drum dann müssen wir uns halt n bisschen gedulden dann müssen wir uns halt n bisschen gedulden dann müssen wir uns halt n bisschen gedulden so, dann einmal hier hoch dann ist zumindest schon mal das Vorgewende gegeben da müssen wir gleich nur noch so n bisschen die Bahnen ich glaube 24 Meter, das ist eigentlich relativ wenig aber zum Glück kann der Streuer, wenn's ist, auch kalt da muss man ja hier wenig mit Positiv anmerken da sind wir ziemlich universell aufgestellt so dann drehen wir mal und fahren zurück in die Spur der Gute übrigens ein Population Farming ist man muss eigentlich gar nicht so genau drauf achten, ob man jetzt auch tatsächlich vor der Arbeitspreise mitnimmt weil, äh das, was einfach schon gedüngt ist, da wird halt einfach nicht mehr draufgeschmissen das hat man da schon ordentlich Dünger spart das muss auf jeden Fall sehr positiv anmerken das spart auf jeden Fall ordentlich Geld und dann ich glaub knapp zwei Bahnen und dann hat sich das hier auch schon wieder erledigt würde ich mal sagen würde ich mal sagen so so das hätten wir dann kann der Streuer aus der Sensor kann aus und dann können wir warte, ich streue jetzt noch an so können wir das Ganze abstellen und dann heißt es prinzipiell eigentlich nur noch irgendwie abwarten bis das Ganze hier wieder reif ist dann kann man hier wieder eine Runde mähen nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020